Hallo meine Freunde und willkommen zu einem kurzen Infovideo. Das ist Infovideo Nummer 3. Und ja, ähm, zu dem Gewinnspiel möchte ich nochmal drauf ankommen. Es geht bis zum 7.9. jetzt, ähm, weil sich noch keiner gemeldet hat. Deswegen habe ich mich schon mal dran gesetzt. Ich habe ein Background für mich erstellt und ich habe jetzt nach 2 Stunden Arbeit ein Intro erstellt, dass ich eigentlich so etwas gut finde. Naja, habe ja auch ich gemacht, also muss ich ja auch gut finden. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht, oder? Ja, und, ähm, ja, zu dem Gewinnspiel. Es ging ja darum, dass ihr ein Intro erstellen müsst oder ein Background oder beides macht, mir per Skype schickt und ich werde es dann auf meinen Kanal hochladen und, ähm, euch dann zeigen, äh, beziehungsweise den Usern zeigen, ähm, denn ich möchte ja auch mal, bing, ja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ähm, das Intro-Video werde ich jetzt einblenden. Ich will Minecraft, ich will Minecraft, ich will Minecraft, ich will Minecraft, so, und, ähm, 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 das Bild werde ich jetzt links einblenden. Na, beziehungsweise sehr zu groß, werdet ihr ja sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Infovideo gefallen. Ihr macht mit bei meinem Gewinnspiel. Ich hoffe es natürlich sehr. Und ja, das war's von mir, euer X by C. Tschüsseli!